In welchem Landkreis lebt es sich am besten in Deutschland? Diese Frage versucht die aktuelle Deutschlandstudie des Prognos-Instituts, die im Auftrag des ZDF durchgeführt wurde, zu beantworten. Dazu wurden verschiedene Kategorien wie Arbeit, Freizeit, Gesundheit, Wirtschaft, Sicherheit und auch die Natur genauer in Augenschein genommen. In der Region Neckaralp hat Tübingen im deutschlandweiten Ranking mit einem 18. Platz klar die Nase vorne. Der Zollernalpkreis schafft es auf den 55. Platz. Das läge vor allem daran, dass der Landkreis trotz seines ausgiebigen Naturangebots in der dazugehörigen Infrastruktur schwächelt. Reutlingen schafft es mit einem 78. Platz noch knapp in die Top 100.